Verspätungen, Zugausfall, Signalstörungen, das sind alles Begriffe, mit denen die Deutsche Bahn zu tun hat. Und das führt regelmäßig zu Beschimpfungen der Kunden. Was allerdings eher selten ist, dass die Bahn beschimpft wird von ihren Mitarbeitern selbst. So aber jetzt passiert in Stuttgart. Ein Lokführer höchstpersönlich bezeichnet seinen Zug als den letzten Schrott. Und das sogar noch per Durchsage an seine Kunden. Wir schauen uns die Durchsage mal näher an und sagen, was das für rechtliche Konsequenzen haben kann. Hallo, ich bin Christian Solbeke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln. Und dass die Deutsche Bahn nicht so den ganzen besten Ruf genießt, ist ja klar. Die ganzen Zugverspätungen nerven die Leute. Das wird dann verargumentiert mit irgendwelchen Signalstörungen, Verspätungen, Krankenpersonal und, und, und. Aber per Durchsage der durchaus besonderen Art hat jetzt ein Lokführer in Stuttgart auf seine Situation aufmerksam gemacht. Und er lässt ehrlicherweise kein gutes Haar an seinem Arbeitsgefährt. Mit einer heftigen Schimpftirade, die ich euch jetzt hier zeigen werde, geht auf TikTok ein geteiltes Video rum aus einer S-Bahn. Da bemängelt er, dass der Zug nicht mehr richtig beschleunigt. Und hört euch mal an, was er da genau über seinen eigenen Karren sagt. Die Situation, dass der Zug nicht mehr so richtig beschleunigt, liegt daran, dass wir hier nur noch mit dem allerletzten Dreck rumfahren. Wir hatten es wieder, dass die neuen Fahrzeuge, die wir bekommen haben, einfach nur noch schrotzeln. Und mit diesem Scheiß hier dürfen wir rumfahren. Ja, also ich übersetze das für die, die es nicht ganz verstanden haben, der Wortlaut der Bahndurchsage. Dass der Zug nicht mehr so richtig beschleunigt, liegt daran, dass wir hier nur noch mit dem allerletzten Dreck rumfahren. Beachten Sie bitte, dass die neuen Fahrzeuge, die wir bekommen haben, einfach nur noch Schrott sind. Und mit diesem Scheiß hier dürfen wir rumfahren. Wenn das sowas im Netz gut ankommt, könnt ihr euch vorstellen, der Lokführer ging viral mit dieser Durchsage, hat viel Lob und Zustimmung bekommen. Aber, naja, nicht gerade Zustimmung von der Deutschen Bahn. Die ist nicht sonderlich erfreut über das Auftauchen dieses Videos. Und sie sagt, die Durchsagen des Lokführers überschreiten eindeutig eine Grenze. Und deswegen überlegt sie jetzt, ob sie die Schritte gegen den Mitarbeiter einleitet. Es gibt sozusagen zwei Reaktionen, die hier in Betracht kommen. Entweder Abmahnung oder Kündigung. Und die schauen wir uns jetzt mal näher an. Eine Reaktion übrigens, die wir schon mal geäußert haben, ist eine Reaktion an dieser. Die haben nämlich ein böses Schreiben von uns bekommen. Und checkt ihr mal aus, ob ihr vom dieser Datenleck betroffen seid. Ja, ihr seid dieser Kunden manchmal, auch wenn ihr es gar nicht wisst. Ich zum Beispiel bin vom dieser Datenleck betroffen, weil ich ein Vodafone-Kunde bin. Und irgendwie scheine ich in so einen Deezer-Vertrag reingestolpert zu sein. Checkt es mal aus. Über den QR-Code wisst ihr, ob ihr vom dieser Datenleck betroffen seid. In der Caption auch nochmal der Link. Es ist so, dass man erstmal im Arbeitsvertrag natürlich Dinge festlegen kann. Aber neben dem Arbeitsvertrag gibt es auch noch Regeln. Und solche Regeln sind die sogenannten Loyalitätspflichten der Arbeitnehmer. Und diese Loyalitätspflichten muss natürlich auch ein Lokführer beachten. Und naja, so eine der Loyalitätspflichten lautet, dass man nicht schlecht oder nicht diffamierend zumindest über den Arbeitgeber reden darf. Man muss allerdings auch sagen, Meinungsfreiheit ist auch ein hohes Gut. Artikel 5 unseres Grundgesetzes. Und das muss man so gegeneinander abwägen. Einerseits die Pflicht, nicht dem Arbeitgeber zu schaden. Andererseits darf man natürlich noch seine Meinung sagen. Jetzt gucken wir uns mal die Aussage des Lokführers genau an. Erstmal ist es so, eine Bahnsprecherin hat bestätigt, dass die neuen Züge viele Mängel aufweisen. Also das ist erstmal Fakt, was er da gesagt hat, dass die Züge Schrott sind, würde ich erstmal sagen. Fakt von der Bahn sogar bestätigt. Laut S-Bahn Stuttgart seien ein Fünftel der Bahnen nicht einsatzbereit. Und selbst die einsatzbereiten Fahrzeuge haben immer wieder technische Probleme. Meist seien es Software-Updates, die nicht richtig klappen. Man überlege sogar schon weitere Bahnen gar nicht mehr anzunehmen, bis alle Probleme behoben seien. Also insofern würde ich sagen, Äußerungen, die sind Schrott. Kann man wohl einen Haken dran machen. Von der Meinungsfreiheit geschützt. Auch wenn die Meinungsfreiheit im Arbeitsverhältnis eingeschränkt werden kann, würde ich sagen, hier geht schon noch durch. Aber dann bezeichnet er sein Arbeitsgerät auch noch als Dreck und Scheiße. Und da muss ich sagen, das ist schon so abfällig, dass man damit möglicherweise die Grenzen wirklich überschritten hat. Und sagt, das kann man so nicht bringen. In einem Arbeitsverhältnis schon gar nicht den Kunden gegenüber per Durchsage. Also er nutzt ja sein eigenes Arbeitsmittel, die Möglichkeit der Durchsage an die Kunden, um dann darauf hinzuweisen, wie schlecht die Arbeitsbedingungen für ihn sind. Das geht zumindest mit diesem Formulieren ein bisschen zu weit. Also insofern könnte er hier wirklich Konsequenzen befürchten müssen. Es gibt mehrere Möglichkeiten Abmahnung, habe ich schon gesagt. Es gäbe auch eine Möglichkeit der fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund. Da muss dann abgewogen werden. Da spricht zugunsten des Lokführers, dass alle Lokführer während der Corona-Pandemie ja mit erheblichen Problemen zu kämpfen hatten. Dass es super viele genervte Mitarbeiter gab. Der Arbeitsalltag war erschwert. Ja, das ist natürlich auch schon ein bisschen was vorbei, die Corona-Pandemie. Beziehungsweise wir sind da schon, ich würde jetzt mal sagen, relativ gut raus. Ob das Stresslevel dann immer noch so hoch sein muss, weiß ich nicht. Aber Krankheitsstand ist hoch. Ich meine, in Köln hieß es letztens alleine 180 Lokführer oder Straßenbahnführer seien krank. Also das ist schon krass, wie viel Personalmangel da auch aktuell noch ist. Auch wenn wir durch die Pandemie soweit erstmal, wie ich das beurteilen kann, durch sind. Naja, und vielleicht spricht auch noch für ihn, dass die Durchsage im Affekt getroffen worden ist. Er hat beschleunigt, ja, und ging nicht und ging nicht voran. Da denkt man, was für ein Scheiß hier, ja. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass man da so rausballert. Darf man natürlich nicht, aber kann sein. Und er war ein Bahnfahrer, der für seine lustigen Aussagen bekannt war. Auch das spricht erstmal pro Lokfahrer, dass man ihn jetzt hier nicht so einfach rauspfeffern kann. Denn die Bahn wusste das, hat das immer geduldet, wenn dann mal eine, naja, lustige Ansage da gegen geht. Weil er wollte es vielleicht lustig verpacken, was für ein Scheiß hier. Ist er nebengegangen. Ja, muss man damit auch leben dann, eventuell als Bahn. Gegen ihn spricht, das muss man auch sagen. Ach nee, berücksichtigen noch lange als Arbeitsverhältnis, das ist klar. Also er ist schon lange da beschäftigt. Insofern, Kündigung ultima ratio. Aber gegen ihn spricht natürlich, dass das Ganze im Zug selbst gesagt worden ist. Das ist einfach schwierig. Persönlich glaube ich, man wird hier erstmal mit einer Abmahnung rangehen. Das ist eine Pflichtverletzung. Die Deutsche Bahn könnte damit mit erhobenem Zeigefinger warnen. Und wenn es dann eben mehrere Abmahnungen gibt, dann könnte man kündigen. Fristlos, glaube ich, wird ihm hier nichts passieren. Also, Meinungsfreiheit, hohes Gut. Aber im Arbeitsverhältnis gibt es gewisse Treuepflichten und Loyalitätspflichten. Und wer den Arbeitgeber beleidigt, und das ist unmittelbar auf den Arbeitgeber zurückzuführen, weil man das auch in seiner privaten Freizeit macht, aber man sieht, ich arbeite eben bei denen. Beziehungsweise noch schlimmer, wer das sozusagen während des Jobs macht, der kann mit Abmahnungen rechnen. Denn ich bin mal auf euer Verhalten gespannt. Sollte man dem Lokführer das nochmal durchgehen lassen? Sollte man den Abmahn direkt rauswerfen? Das kann man ja durchaus kritisch diskutieren. So würde es auch vor Gericht übrigens laufen. Auch ein Gericht würde sich jetzt das Für und Wider, was ich euch hier genannt habe, anschauen. Ihr seid jetzt mal Richter. Und postet es unten rein in die Caption. Sollte man im Arbeitsverhältnis einfach seine Meinung auch so freisagen können? Oder muss man fairerweise sagen, wenn ich Arbeitgeber wäre, ich würde dem schon ein paar Takte sagen, so geht es nicht. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Postet es unten in die Kommentare. Ich danke euch an dieser Stelle jedenfalls für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Tschüss, bleibt gesund, liebe Leute. Bis dahin.